Deswegen solltest du die Kiwi mit Schale essen. Aber vorher bitte den Strunk drauf schneiden. Kiwis sind einfach richtige Vitaminbomben und gerade unter der Schale befinden sich die meisten Vitamine und Nährstoffe. Also wenn du wirklich das optimale Aussackkiwi rausholen willst, dann isst sie auf jeden Fall mit Schale. Und ehrlich, so schlecht schmeckt das gar nicht. Probier es gerne mal aus und schreib in die Kommentare, ob du schon jemals die Kiwi mit Schale gegessen hast.